da haben wir das tape an der ist abgelenkt und wir klauen dann die jacke war der klamottenladen die orientierung ist echt kann er nur in die richtung sein eigentlich das war krachianne schön ich hab nichts gesehen gestolpert kam ich habe auch die jacke jetzt endlich ich soll mich umdrehen als katze weil er sich umzieht ein bisschen enger natalia aber es wird schon jahre ist keine bomber jacke spring in die kiste dafür ist die kiste da gewesen sind drin lasst uns rein ja die kiste ist für euch bestimmt alles gut kommt darauf nach auf danke 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 so der lenkt den ab wo muss ich hin darüber heißt wenn der gleich dahin fliegt dann können wir da durch ich glaube die kisten china nicht umsonst hier sind da hinten rüber sehr wahrscheinlich so sind zwei kamera macht es kennt noch bis hier vorne das war jetzt knapp oder das war knapp ach der kriegt nix mit doch wissen wir nicht da ist ein arbeiter der sucht irgendwas habe ich überhaupt registriert keine ahnung okay hier bin ich geschützt wo müssen wir hin also am tor kommen wir weil glaube ich noch nicht vorbei nein da hinten weiter aber gut dass da eine lücke war wenn wir hier irgendwas machen muss hier wieder so eine kiste verstecken aber das ist nicht sinnvoll also das wasser möchte ich nicht oder muss ich von darüber springen das wäre quasi von hier stimmt ne ja da ist ein hebel sehr schön ich will gar nicht auf dass hier auf einmal die tür aufgeht ne okay ach so geht die tour okay verstanden dann kommen wir seitlich vorbei kommt noch gleich irgendwas mit der reflektion bestimmt können wir da drauf ja war zu spät war zu spät ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß lass das katzenro das hat ja nichts getan ach schon wieder falsch ich habe mich wirklich anders als ich denke okay wunderbar das laser ja super was soll ich jetzt drücken da ist eine kamera da ist eine tonne ach ja komm probieren wir es mal ob es so geht klar die tonne kommt durch ne die tonne kommt durch hallo martin grüße dich auch echt jetzt auch noch so ein rätsel ach komm komm mein freund du bist hier drauf komm hier ja ich sehe so viel hast du schon vier stunden im bunker geschaut stray bis eben krass ne so du kommst jetzt mit du musst hier hinten rauf mein freund das funktioniert nicht dass er durch hier drauf setzen ich kann den ausmachen aber dann komme ich ja nicht mehr weiter hier ja wir haben schon jetzt dreieinhalb stunden intus okay ich kann man diesen scheiß dinge nicht dran ähm auch theoretisch drei gegenstände kann das sein wo soll ich die denn herholen um gottes willen mit der tonne kann ich nur hier geradeaus das hilft mir mit der tonne jetzt nicht wirklich ne ja tonne tonne habe ich aber ähm du kriegst die tonne ja nur gerade bewegt du kriegst die tonne nicht rüber bewegt sondern wirklich nur gerade gerade würde nur gehen wenn ich hier durch käme das ist dann wenn wir den auf die seite fahren ja so jetzt ist die tonne so weit weg dass das nicht funktioniert herr komiker was meinst du mit tonne was meinst du mit tonne wohin soll die tonne ach da ist noch ein zweiter drin warte mal ah guck mal da ist noch ein zweiter ruby drin aha okay jetzt habe ich es grau die man manchmal denken muss so und jetzt können wir die tonne dazwischen legen so und können die jetzt kaputt machen oder ach ne jetzt können wir die tonne durchrollen okay jetzt macht es den mit der tonne ne ne nicht dazwischen so na jetzt ruckelt er gerade naja guck mal hier ist es doch funktioniert ich kriege ich ärger oder jetzt kriege ich ärger alter falter wir haben sie ja auch wir müssen klein mit der batterie zurück ja 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 alles klar und soll ich denn hier lang achte da okay echt so einfach kommen wir da zurück mich hat keiner gesehen aber jetzt muss ich mal überlegen wo war Climb Time hinten im Komplex dritte Etage fünftes Dings Filly in Action ja auf jeden Fall da ist abgesperrt aber hier ist auf hier war vorher nicht auf hier war vorher nicht auf was hat er wir hatten die Aufgabe die Menschen zu beschützen ja machen sie toll sie sollten Verbrechen bekämpfen und für Ordnung sorgen aber das Leben in der Stadt immer härter wurde und sich grubemilow und die Wächter schnell zu den Anlangern der Mächtigen die Wächter rum ist nur die Erzählung warum die so sind wie sie sind eine Erinnerung schön die muss noch abgreifen konnten ah hier ist gesperrt da läuft ein Wächter rum aber ist nicht so gut wenn er mich sieht da muss ich nicht lang gerade ein wenig verwirrt wo ich denn nochmal lang muss die anderen Ende die der Komplex mal schauen von da bin ich gekommen der ist doch genau da wo ich hin muss wo die sind ne ei 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 genau da ne was ist denn hier los komme ich als kleine Katze durch ja ah es ist hier auch noch echt jetzt oh ein Scheiß fast zu schnell wieder kam Katze flitzt da schnell hoch da ist auch noch so ne da kam ich die Treppen nicht hoch ja aber nein das ist abgesperrt ok da ist abgesperrt so da ist abgesperrt da komme ich nicht hoch ähm wo müssen wir lang die Möglichkeit irgendwo ja ich sehe hier nichts komm irgendwo anders hoch zu gehen ist die Frage wo komme ich jetzt hier durch weil da durch laufen der spät ja komplett ab von der Rückseite muss ich an den vorbei nein geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg lass das oh kannst du dir gerade durch ich gehe mal lieber wieder hier in die Ecke eh das ist nicht nett ok also wir müssen irgendwie da hoch und zur Clementine was was haben wir denn jetzt echt jetzt fangen wir da wieder ok kein Thema wir wissen ja jetzt Bescheid man könnte durch spuchten aber das wird so oben sehr wahrscheinlich nicht schaffen dann hätte so oben sehr wahrscheinlich das Problem da fällt gar nicht auf wenn ich hier durchlaufe ne zumindest nicht also hier kannst du noch durchbuchten das ist das sollte kein großes Thema sein aber passt sogar nein 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 lass das cut ziehen ach komm no risk noch fahren da kann ich ja auch hier probieren jetzt ist Katze im Arsch jetzt ist Katze im Arsch jetzt ist Katze im Arsch oder auch nicht das war jetzt mehr Glück als Verstand okay da hätte ich lang gemusst war ja gerade da beschäftigt ist ne so okay gut der Innenhof geht glaube ich nicht so einfach so wisse wo versteckt sie sich in welcher Ecke der Bude in der Tafel schauen Clem natürlich nicht da ne keine Spur von Clem in Time geht so aus als hätte sie eine verschlüsselte Nachricht für uns wo liegt meine Sachen da gibt es noch vier Symbole die mit kleinen Teilen unterschrieben sind Lava Lampe Pflanze die Lava Lampe die hat man doch eben irgendwo gesehen ist doch die hier das hilft uns nix okay ähm da waren irgendwelche Pflanzen ne so da hat er was gefunden da drauf steht kommt okay das war die Puppe hier okay da ist nichts jetzt Raum für Raum durchgehen hier okay das kann er nein das kann er was auch nicht war hier irgendwas das ist auch nichts das hab ich da mal auf den Boden geschmissen nicht böse Katze ja alles gut genau hier können wir bestimmt wieder irgendwas rausholen aha ah ok das hatten wir auf dem Zettel ja das Ding hier genau bin bei ach der hat ja oben noch Etage ok hier noch irgendwas das Ding war dabei Walzer es fehlt aber noch ein Gegenstand jetzt ne welcher war es äh Gegenstand 1 fehlt ne ist das nicht eine Pflanze sieht aus wie eine Pflanze aber welche Pflanze das ist so eine große komische ne ok hier ist es schon mal nicht das hatten wir ist das überhaupt eine Pflanze was ich hier gesehen habe oder ist das irgendwas anderes ne Lava Lava Lampe allerdings ah ist klar von unten sehe ich es nicht von oben ja ok sie sind im nachtclub alter wenn wir weiter kommen in den nachtclub ja alter walter ich habe mich zwei Lava Lampen ah so erst mal hier verstecken ähm wir da weg kommen nein 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 das ist ein liebes Katzi. Das ist ein Liebes... Das ist ein Liebeskatzi. Eigentlich ist es noch mal von vorne anfang. Innenhof. Ja, in den Innenhof kommst du aber nicht runter. So, ich glaube, dass wir jetzt alle Teile haben, dass wir raus dürfen, ja? Ja.